Eine Holzpuppe! Die Spielsachen bleiben über Nacht im Schrank. Du meinst, es kann auch noch was anderes sein? Ein Freund? Wenn ich es weiß, dann kann ich Ihnen vielleicht helfen. Die Maus geht dort hinein und zack! Und zack! Und zack! Und was, wenn es eine Falle ist? Hä? Falle? 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 Das ist der Muska-Katuck. Heute geht's zum großen Kampf!